Es stinkt wie ein altes Paar Schuhe. So viele Anleger, denn im Q3 2022 haben die Banken rund 400 Tonnen Gold dazu gekauft. Jetzt stellt man sich die Frage, ist es nicht immer in Finanzkrisen normal, dass die Banken sich irgendwie absichern mit Gold? Oder gibt es vielleicht noch andere Gründe? Diesen Datenfakten möchte ich euch natürlich heute begegnen und euch aufklären, wie es eben aussehen kann. Und gleichzeitig reden wir darüber, ist Ethereum das bessere Bitcoin, ja oder nein? Ich zeige euch eine ganz spannende Seite, wo ihr euch selbst mal ein bisschen rumtasten könnt. Also bleibt unbedingt am Ball, lasst schon mal den Daumen da, wir legen das ab. Los! Ja liebe Freunde, wenn wir mit dem Firm Greed Index starren, dann sehen wir die 25 Punkten. Wir sind also zurück im Extreme Fear Level, somit erhöhte Angst. Ja, es gibt natürlich einige News rundherum, da gehen wir heute gar nicht grossartig rein. Im Prinzip ist es so, dass alles noch ein bisschen schwach auf der Brust ist. In den Staaten zwar so Anzeichen einer guten Erholung da ist, da muss man aber aufpassen, denn wenn die Industriebetriebe wieder steigen, heisst es nicht zwingend, dass das Bruttoinlandprodukt verbessert wird. Ja, alles was dann auch noch nach draussen getragen wird, sondern es kann auch rein nur für inländische Geschichten sein. Und wir kennen die Stories, immer bei einer Annäherung, einer Rezession gibt es eine leichte Erholung, bevor es dann nochmal runter geht. Wir müssen also aufpassen, vorsichtig bleiben. Dieser Zyklus ist uns natürlich weitgehend bekannt. Ja, und genau aus diesem Grund kommt aktuell wieder das Thema Gold auf den Tisch. Naja, ich muss euch natürlich auch diesbezüglich noch einmal sensibilisieren, liebe Freunde. Denn das ganze Cryptospace, insbesondere Bitcoin, ist immer noch ein Hochrisiko-Asset. Okay, ich komme nicht und sage euch, ihr müsst Bitcoin oder ein anderes Essen kaufen. Ja, ich sage euch, was ich für mich tue. Und ich sage auch immer, schaut, dass es nicht mehr als ein Drittel eures gesamten Vermögen ist, wo ihr Liquidität zur Verfügung habt, die ihr nicht benötigt, weder heute noch Ende nächstes Jahr. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist mir wirklich wichtig, dass euch das noch einmal vor die Nase hauen. Was machen die Banken oder allgemein die Menschen? Die investieren natürlich oftmals auch in Gold, weil Gold halt, egal was passiert, wenn die ganze Welt brennt, Gold hat immer noch seinen Wert. Und das haben wir natürlich nicht vergessen. Aus diesem Grund, ja, und jetzt kommen natürlich die Leute oder die Spekulanten und sagen, ja, aber wenn die Zentralbanken jetzt Gold kaufen, dann gehen die doch davon aus, dass es nochmal einen grösseren Crash gibt. Ich bin da nicht ganz gleicher Meinung, dazu komme ich natürlich gleich. Natürlich macht es Sinn, dass eine Bank Reserven aufbaut im Sinne von Gold. Und jetzt hier in diesem Bereich, wo jetzt nochmal vier Monate dazugekauft wurde, was enorm gehypt wurde, by the way, redet man eigentlich von Türkei, Usbekistan und Katar, die da eingekauft haben. Und man weiss aber nicht, wer noch restlich rundherum eingekauft hat, weil man das nicht so richtig sieht, geht davon aus, dass darunter Russland und China sein könnten. Das kann alles sein, das spielt keine Rolle. Aber Fakt ist, dass natürlich die Banken ja auch nicht dumm sind. Die können das natürlich auch nutzen, nämlich wenn man diese Grafik ein bisschen anschaut. Gold schneidet in der Regel in Krisenzeiten gut ab. Das bedeutet, A, viele Leute gehen da natürlich rein, investieren rein. B, sollte es wieder in den Bullenmarkt drehen, zieht natürlich auch den Wert hoch. Somit spekulieren natürlich auch die Zentralbank ein bisschen davon, wenn sie natürlich dann Gold dementsprechend wieder abkaufen oder verkaufen. Besser gesagt, man redet dann von Nettoverkäufer. Ganz wichtig, es gibt Nettokäufer und Nettoverkäufer redet man im Gold. Das heisst, der Nettokäufer kauft mehr, als er verkauft. Und der Nettoverkäufer verkauft mehr, als er einkauft. Eigentlich logisch von der Aussage her. Aber ja, das ist aktuell ein bisschen auch meines Erachtens der Grund, warum die Zentralbanken aktuell Gold gekauft haben. Weil sie damit rechnen, dass wir nächstes Jahr langsam in eine Abflachung kommen und 2024 dann wieder zurück in den Bullenmarkt geht. Strategisch also der perfekte Zeitpunkt, wo sie gewählt haben. Meiner Meinung nach hätte ich ebenfalls getan. Ich bin der Meinung sogar, ich hätte es eher stufenweise getan. Wahrscheinlich haben sie das auch, das sehe ich natürlich nicht. Aber wenn sie das noch stufenweise gemacht haben und auch noch im Hintergrund immer noch gewisse Stufen haben, wo sie sagen, die können wir noch abarbeiten, haben sie es perfekt gemacht, Leute. Da kann man nichts sagen, ist strategisch sehr, sehr clever und kann ich nur befürworten. Wenn man sich jetzt fragt, wo kaufen überhaupt die Banken Gold? Ja, also es gibt den OTC-Markt, der läuft außerhalb eines Exchanges, sitzt man an einem Tisch und kauft. Oder eben, man kauft über die Bits, das ist so quasi die Zentralbank der Banken oder die Bank der Zentralbanken, wie man es nennen will, die oberste Instanz sozusagen. Die ist in der Schweiz, in Basel, da habe ich auch schon ein paar Mal darüber geredet. Und ja, da kann man natürlich die ganzen Outsen kaufen. Was übrigens ganz wichtig ist, es gibt auch von London so einen gewissen Standard, ich bin nicht mehr ganz sicher, der liegt bei 320 bis 480 Outs. Ich bin nicht ganz sicher, ihr könnt es gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ich mich jetzt hier enttäusche, da habe ich mich nicht mehr ganz sicher auf dem Radar. Aber da gibt es natürlich, ja, es gibt eine Norm, wo 99,5% mindestens Goldanteil sein muss. Und das wird eben mit einem speziellen Wert, die in London eben ausgearbeitet wurde, ja, wiedergegeben. So, oder klar definiert, so wollte ich sagen. Ja, und das ist natürlich jetzt aktuell auch ein bisschen das Thema. Es gibt natürlich Banken, die kaufen auch in ihrem Land. Russland ist zum Beispiel prädestiniert dazu. Die kaufen Gold von ihren Banken direkt, ja, kann alles Mögliche sein. Man kann als Person ja auch Gold wieder verkaufen bei der Bank, das kann alles Mögliche sein. Was da natürlich gekauft wird, spielt im Endeffekt meiner Meinung nach keine Rolle. Gold ist Gold. Aber naja, lassen wir das auf jeden Fall mal so stehen. Ja, werden die Zentralbanken auch im Jahr 2022 kaufen? Wenn man jetzt eben diesen Schock hier anschaut, das ist ein älterer Bericht hier, muss man sagen, das ist vom letzten Jahr. Da sagt bereits, Golden 6 sagen hier, wir erwarten, dass die weltweiten Zentralbanken nachfragen, in der zweiten Jahreshälfte 2020 einen Rekordwert von 750 Tonnen pro Jahr erreichen wir gegenüber 450 Tonnen im Jahr 2021. Also ihr seht, man ging da schon bereits aus, weil die ganze Corona-Krise schon da war. Man wusste, was ausgegeben wurde, man wusste es bereits schon, dass eine Inflation kommen mag. Die sind nicht blöd, die Leute. Also die haben das schon unter Kontrolle. Man erinnert ja jetzt von Q3, das heisst jetzt im Q4 wäre ja also noch möglich, dass wir nochmal 300 bis 400 Tonnen dazukaufen und dann sehen wir dann, wie es weitergeht. Also einfach das nochmal für euch ganz wichtig zu wissen. Macht euch da, es sollen keine Angstfaktoren sein, wenn eine Zentralbank Gold kauft. Auch die spekulieren damit. Die Schweizer Nationalbank ist eine der besten spekulanten Banken. Ob das gut ist, was ich gerade sage, ist eine Frage. Aber die machen das wirklich, wirklich richtig gut. So, liebe Freunde, und jetzt würde ich sagen, wir swappen rüber in die Chartanalyse. Respektive eben, bevor wir in die Chartanalyse gehen, reden wir nämlich noch über Itherium und natürlich auch ein bisschen in den Vergleich von Bitcoin. Ja, liebe Freunde, was ihr jetzt hier eigentlich gerade seht, oder warum bin ich eigentlich auf das gestossen? Ein sehr, sehr lieber Freund von mir hat gesagt, Jay, du redest in letzter Zeit nur noch Bitcoin. Ritt doch auch mal etwas über die anderen Assets. Ja, ist natürlich richtig. Ja, wir haben natürlich spannende Assets draus. Wir haben den SEC-Fall mit XRP, respektive mit Rebel, wo es sehr interessant und wichtig werden wird für uns. Wir haben Cardano, was immer noch nicht fertig ist, aber auch spannend sein könnte. Wir haben natürlich Itherium mit dem Merch vom Proof-of-Work zu Proof-of-Stake und natürlich Bitcoin. Es gibt natürlich x-tausend andere noch, aber das sind so ein bisschen die Hardcore-Obendrin, die sich dementsprechend durch die Community auch behauptet haben. Was wir hier sehen, ich weiss gar nicht, ob ich das noch grösser machen kann. Kann ich das grösser machen? Ich weiss gar nicht. Ich finde jetzt gerade nicht, wie ich das grösser machen kann. Spielt keine Rolle. Fakt ist, dass wir hier eigentlich vor uns eine sehr interessante Statistik sehen. Nämlich die Suchbegriffe, wie sich das in der letzten Zeit verändert hat. Also wir sehen, im Dezember 2017 war Bitcoin auf einem riesen Maximum. Da war auch Itherium ein bisschen nachgezogen. Cardano war ziemlich am Anfang. Man sieht, wie sich das Ganze entwickelt hat. Auch weiterhin sehen wir, zwar hat sich Itherium verbessert, respektive glaube ich, dass eine Umlagerung stattgefunden hat von sehr vielen Bitcoin-User, die eben dann auch auf Itherium gewechselt haben. Ich habe letztens auch irgendwo einen Spruch gehört, aber ich weiss nicht mehr genau, woher ich den habe, wo einer gesagt hat, ja, bei Bitcoin verdient man nichts als Entwickler. Bei Itherium verdient man Millionen und dann kann natürlich auch sein, dass da die Leute darüber swappen. Naja, kann natürlich sein, aber wenn ein Programmierer oder ein Entwickler verstanden hat, was eben auch Bitcoin kann, glaube ich, ist er nicht ganz so naiv und bleibt er natürlich weiter treu. Aber nichtsdestotrotz sehen wir hier eine Abflachung. Also wir sehen, dass sich Bitcoin massiv nach unten schaufelt, sozusagen, ja, und wir sehen auch, dass der ganze Fluss von Cardano, Cardano übrigens gelb, Itherium rot, sich dementsprechend weiterentwickelt. Was sehr interessant ist, ist aktuell eigentlich die Aufschlüsselung der Suchbegriffe. Nämlich sehen wir, dass Nigeria, Vietnam, Südafrika, Indonesien, Militär, das sind alles ärmere Länder, die aktuell eine hohe Suchanfrage über Bitcoin haben. Und das weltweit gesehen. Man kann natürlich Itherium anschauen, da ändert sich das ein bisschen, ja, da sind wir in Serbien ganz weit vorne, ist Ukraine, Singapur, Südkorea, Russland. Ja, und wenn man Cardano anschaut, wechselt das Video, bin ich ganz sicher, ob Cardano noch irgendwas auf Italienisch heisst, weil da Italien auf Nummer 1 ist. Holland, Portugal, Griechenland, Australien. So, und wenn man das natürlich jetzt ein bisschen anschaut, wie das Ganze an, wie man das Ganze ein bisschen betrachten kann, ja, zum Beispiel Bitcoin, sehen wir, wenn man nach Bitcoin sucht, sind ähnliche Suchanfrage, gleich Binance, Cardano, Bitcoin, Jorum, Cardano-Preis, Neostar und so weiter und so fort. Was beängstigend ist, Leute, und das ist mir aufgefallen, und ich will euch hier einfach nochmal sensibilisieren und versuchen ein bisschen zu schützen. Wenn ich hier Deutschland eingebe, ich habe das nämlich gemacht, weil es mich einfach Wunder genommen hat, Leute, dann sehe ich, dass neben Bitcoin hier, wo haben wir es hier, ah, die ist jetzt nicht mehr da, haben wir Glück gehabt, da waren sehr, sehr viele kurzfristige Anfragen da von irgendeiner App, 360 AI Bullshit-App, äh, Leute, haltet die Finger von irgendwelchen Bot-Techniken, die ihr selbst nicht versteht, wo kein Mensch irgendwo im Vordergrund ist, der euch das erklären kann, und ihr investiert da noch scheisse Geld oder investiert Bitcoin da hinein und dann sind die weg. Also macht bitte keinen Scheiss, ja, kauft eine Bitbox hier, hier ist die Bitbox, hier ist mein Ledger S, irgendwo liegt noch mein, mein anderer Ledger, sehe ich gerade auch nicht, ich hoffe, das ist noch irgendwo da, äh, ansonsten haben wir ein anderer Problem, das ist hier in der Kinderkiste, hier noch, ähm, der andere Ledger, also ihr müsst euch, ihr seid eine eigene Bank, Leute, nochmals, ja, ist mir wirklich wichtig, euch das nochmal erklärt zu haben. So, jetzt zeige ich euch eigentlich eine Seite, die ist, äh, sehr interessant, und zwar findet ihr unter Ultrasound.money, findet ihr eine gewisse Seite, so, und ihr habt ihr unter den Simulationsschalter, wie sagt, wo lausse, wenn wir sagen, ja, ähm, wir haben ja ungefähr 120 Millionen, ähm, Ethereum, sie im Umlauf sind, man hat hier natürlich die Möglichkeit umzuschalten, zeige mir, wie es aussehen würde, wenn ich jetzt, wenn wir weiterhin auf Proof of Work wären, oder zeige es mir, wie es ist, eben ohne, und hier sehen wir, dass natürlich jetzt angefangen haben, natürlich mit jeder Transaktion, wo beim Ethereum Netzwerk gemacht wird, ja, wo Ethereum hin und her geschoben wird, da wird natürlich, geburnt, ja, also da werden natürlich jetzt auch die Firmen geburnt, und das sieht man natürlich auch hier, man hat jetzt seit Anfang des Jahres ungefähr 2000 die Firmen schon geburnt, ähm, ist interessant, das Ganze ein bisschen anzuschauen, eben, man hat auch hier den Simulationsstatus, wo man wechseln kann, wie würde es aussehen, wenn wir auf Proof of Work wären, dann hätten wir hier bereits schon wieder massive neue dazubekommen, also man sieht, äh, eine sehr interessante, und sehr transparente Seite, wo man sich gerne mal in Ruhe anschauen kann, empfehle ich jedem von euch, auch was die FISA betrifft, wie sieht es insgesamt aus, und so weiter und so fort, also in 2,75 Millionen geburnt, ja, hier total, also sehr interessant, schaut euch das gerne mal an, und, äh, macht euch ein eigenes Bild darum, jetzt ist natürlich die Frage, ist Ethereum das bessere Bitcoin, also erstens kann man das nicht mehr vergleichen, Leute, weil, jetzt reden wir von Apfel und Pirne, ja, vorher war es auch Apfel und Pirne, aber es war wenigstens auf dem gleichen Use Case ausgelegt, Proof of Work, so, einige, muss man vielleicht auch erklären, dass Proof of Work ja nicht durch Bitcoin entstanden ist, Proof of Work ist eigentlich damals entstanden, ähm, mit dem ganzen Spamfilter über, über E-Mails damals, ja, man wurde ja einfach, eine Mail war gratis, man konnte es einfach hin und her schicken, man konnte tun und machen, was man wollte, und aus diesem Grund, kam eigentlich auch das Proof of Work System, dass die Rechenleistung, erst die Mails prüfen, die reinkommen und es eben dann durchsickert, wenn es eben gut oder geprüft wurde oder validiert wurde, so damals hat eben dieses Spamfilter, ähm, seinen Lebenslauf gestartet. Das gleiche System hat halt eben Bitcoin übernommen, also es gibt halt diese Validatoren daraus, das gibt es natürlich bei Ethereum auch, aber, ich will hier eins sagen, okay, ähm, ähm, ich bin keiner, der sagt, Ethereum ist schlecht, ich bin auch nicht der, der sagt, Cardano scheiße oder XAP scheiße, ich sehe bei allem einen Use Case für eine Community, die es berechtigt, neben Bitcoin zu existieren, und ich sage es auch so, weil es eben, insbesondere, wenn man Ethereum anschaut, Ethereum ist eigentlich der einzige, richtige Coin, der richtig abliefert, ja, der hat im Hintergrund, es ist eine Firma, darf man nicht vergessen, aber im Hintergrund, laufen so viele, die Apps, es laufen so viele, ähm, ähm, Coins auf Ethereum, das wirklich verwendet wird, wo richtig Volumen getragen wird, aus diesem Grund ist es meiner Meinung nach, natürlich eine sehr berechtigte Plattform, es ist ein bisschen die wirtschaftliche Plattform, die einfach so, außerhalb von Bitcoin existiert, ja, also es ist so ein bisschen die Ökonomie, zwischen den verschiedenen Unternehmen, und den verschiedenen Cases, die eben zwischen den Unternehmen stattfinden, bei Bitcoin ist es aktuell halt immer noch so, solange Bitcoin kein offizielles Zahlungsmittel ist, solange Bitcoin kein offizieller, ähm, Wertspeicher ist, wird alles noch mit Hochrisiko angesprochen, und ja, kommt mir jetzt nicht mit dieser Hospice-Geschichte, mit dem Speicher, etc., dieses Thema habe ich schon begriffen, nur ich sehe da eigentlich noch eine viel, viel weitere Lösung, wir haben, wir reden erst von einem Layer, wir haben noch viel mehr Layers, die wir um drauf packen können, als das Lightning Network, und meiner Meinung nach, nein, ist es absolut machbar, dass auch im Lightning-System, sofern dann auch das ein oder andere Kindheitsproblem, ausgemerzt wird, das reichen wird, für eine offizielle und sehr gute, Zahlungsgeschichte, okay, also, wenn wir jetzt hier nochmal zurückkommen, ist Ethereum das bessere Bitcoin, ich würde sagen, nein, weil wir vergleichen hier Apfel mit Birne, schmeckt die Birne gut, ja, schmeckt der Apfel gut, ja, schmeckt beides gut, so wenn man natürlich keine Obst hat, wichtig ist aber zu verstehen, was passiert denn eigentlich mit Ethereum, es wird geburnt, okay, das bedeutet ja im Endeffekt, der Wert müsste steigen, wieso sind wir aber dementsprechend so gefallen, oder warum ist der Case nicht gekommen, warum sind wir immer noch nicht da, wo wir sein sollten, natürlich fehlt noch das ein oder andere Update, auch bei Ethereum, das muss man natürlich hier jetzt noch stehen lassen, will ich jetzt auch nicht grösser auf eingehen, sonst würde jetzt der Rahmen dieses Video sprengen, Fakt ist einfach, investiert nicht immer gleich All-In in irgendein Asset, weil ihr davon blind überzeugt seid, sondern versucht immer nachzuvollziehen, wieso ist es noch nicht so, und könnte es gegebenenfalls nochmal fallen, und wie weit könnte es fallen, und da möchte ich jetzt eigentlich euch gleich mitnehmen, in die Chartanalyse hinein, um euch ein bisschen zu zeigen, was wir sonst noch haben, und die Chartanalyse machen wir natürlich jetzt gleich hier auf, ähm, voilà, ich habe euch Ethereum jetzt mal im Weekly Chart ein bisschen vorbereitet, das ist der logorhythmische Chart, das nicht verwundern, wenn es hier ein bisschen komisch ist. Was ihr hier seht, im regenbogenfarbigen Stil, das ist aktuell eigentlich unsere wichtige, oder ich würde jetzt mal sagen, ähm, ja, Pitchfork, die gibt uns ein bisschen an, wie der Trend sein kann, und auch für uns wichtig, für Hodler, ja, wo man sagt, okay, hier unten akkumuliere ich neu ein, also alles so in der blauen Zone, ist eigentlich so für die Hodler, die Akkumulationszone, wenn ich jetzt eigentlich das Ganze ein bisschen anschaue, müssen wir einfach nüchtern betrachten, mal hingehen und sagen, okay, die RSI ist hier noch ein bisschen im Unterfeld, könnte aber noch Richtung, äh, Mittelfeld gehen, mal schauen, wie sich das entwickelt, weil da haben wir natürlich die grösste Potenzial, um hin und her zu springen. Fakt ist, dass wir hier aktuell wirklich, diese rote Linie ist so quasi die Gewinnzone, okay, also wenn ich hier unten natürlich mich einkaufe, äh, dann fangen die meisten an, hier zu verkaufen. Das gleiche ist natürlich von hier oben, ja, hier oben, äh, verkaufe ich, oder gehe in einen Short, je nachdem, was für ein Typ Trader man ist, und hier unten wäre dann, wie gesagt, wieder die Möglichkeit, entweder ein bisschen anzufangen mit Akkumulation, ich kaufe mich hier stufenweise ein, bis ich hier unten in der blauen Zone bin, oder ich realisiere Gewinne aus dem einten Short heraus. Was wir sehen ist, dass wir hier, ähm, im logarithmischen Chart, ähm, ist nicht ganz fein, muss man ehrlicherweise sagen, weil, ähm, im logarithmischen Chart sollte man eher ein bisschen von der, ähm, traditionellen Chart-Technik absehen, nichtsdestotrotz haben wir aktuell eine Bildung, eine mögliche Bildung, okay, es ist noch nichts Schönes, dass man ehrlicherweise sagen, es fehlen hier tatsächlich noch Attachment, im unteren Bereich ist okay, aber für den Rising-Wertschwärter ein dritter Attachment, oben Goldwert, zwei gab es schon öfters, dass es im Kryptomarkt passieren könnte. Die hellblaue Linie, die wir hier nebendran sehen, das ist die trendbasierte Fibonacci, die ist ebenfalls sehr interessant, denn was wir hier sehr gut erkennen können, sind gewisse Widerstände, okay, also diese Widerstände hier unten, der hier insbesondere, der ist ganz, ganz wichtig, das ist das vom einer Fibonacci-Level, das könnt ihr uns auch wieder abprallen oder zurückschicken, hier auf dem aktuellen Niveau, wo wir sind, ist das 1,27er Fibonacci, da kämpfen wir gerade sozusagen mit der roten Zone herum, und wir haben natürlich weiter unten dann unser goldener Schnitt, der liegt so bei 233 Dollar, also hier beim 1,680. Jetzt, was dazu kommt, muss man natürlich sagen, wir haben ein Target anhand eines starken Zugkaufers ermitteln können, und das Target eigentlich von diesem aktuellen Gebilde wäre tatsächlich 80 Dollar plus minus, da müsst ihr euch festhalten, da würden wir nämlich auch hier dann einen doppelten Boden bilden. Nun ist natürlich oft die Frage, ist das realistisch, ja oder nein, ich glaube tatsächlich nicht, dass wir unter oder wieder zweistellig fallen werden bei Ethereum, der Grund dafür ist natürlich, dass die Community relativ stark ist und genau weiss, was sie tut, und eben dieses deflationäre Gut, was eigentlich Ethereum gerade macht, positiv ist. Man muss aber sagen, es gibt da einen kleinen, wie soll ich es nennen, es gibt da schon was, wo man aufpassen muss. Ethereum hat immer noch die Möglichkeit, neue Ethereums zu bilden, also ist natürlich das ganze Burning, auf der einen Seite nur Schein, und auf der anderen Seite ein sehr verlockendes Zeichen, weil es heisst dann, oh, die sind ja deflationär, da kann ich investieren, da kann ja alles nur gut werden. Also auch hier muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz, der goldene Schnitt hier unten, der wäre schon eher realistisch, eben auf ungefähr, ja, ich würde jetzt mal sagen, 230, wenn man es linear hochzieht, dann bis Ende nächstes Jahres wären wir dann so bei 300 Dollar, irgendwas so, hier dazwischen sehe ich das absolute Tief. So, das zum Thema Ethereum auf der Weitsicht, wenn man das Ganze hier im kurzfristigen 4 Stunden Timeframe ein bisschen näher anschaut, hier sind wir wieder auf regulär geschaltet, nicht im logarithmischen Chart, ganz wichtig. Es ist kein schönes symmetrisches Streik, wenn das ein schönes symmetrisches Streik wäre, dann würde die Spitze sich hier um das 0,5 herum kurbeln, das sehen wir, dass das aktuell nicht der Fall ist. Wir haben uns hier natürlich wunderschöne Entries positioniert, insbesondere im Academy Club hatten wir diese damals so vorbereitet. Ja, und aktuell sind wir eigentlich hier zwischen dem 0,32 und dem 0,236 Fibonacci Level. Was wir jetzt natürlich dazu noch machen können für die Einschätzung des Ausbruchs, also wir haben den Ausbruch hier oben nach oben gerechnet, was wir jetzt natürlich noch dazu holen können, wäre die Trend passierte Fibonacci, da wäre es natürlich aktuell ein bisschen interessant zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt nach oben, das würde bedeuten, wir gehen einmal unten, einmal oben, dann wie zum letzten Tief hin, dann sehen wir, dass das 0,866 Level, also ungefähr ein realistisches Ziel, wäre so ungefähr Richtung 2.000 Dollar hoch, wäre eigentlich auch dann vom 0,707 da, das wäre der Zwischenbereich hier, wo man nochmal ein bisschen Gewinne realisieren könnte. So, also das wäre ungefähr die Richtung, jetzt wenn die Frage kommt, ja Jay, wird es dann innerhalb von wenigen Tagen der Fall sein, da hochzukommen, und das glaube ich tatsächlich nicht, mit der aktuellen Marktlage fehlt einfach aktuelles Volumen, man kann aber sagen, wenn nächste Woche die Fettbezinsen nach unten reduzieren wird, dann haben wir tatsächlich die Chance, schön nach oben zu kommen, dann sehe ich auch, dass wir in der Weizsicht komplett anders, ja, dann hätten wir tatsächlich die Möglichkeit, wieder neue Stärken zu finden, und nach oben zu kommen, und nicht neue Tiefs zu bilden, wie es gerade bei der langfristigen aussieht. So, das zu Ethereum, aktuell kann ich gerne gleich noch in die Telegram-Gruppe posten, dass ihr die auch noch habt, dann gehen wir noch schnell zu Bitcoin rüber, ich habe euch gestern gesagt, Bitcoin gefällt mir noch nicht, jetzt gefällt es mir schon viel, viel besser, jetzt erarbeiten wir hier eigentlich auch schön, die untere Trendlinie aus, haben jetzt mehr als 1, 2, 3 Attachments, wir haben, unsere aktuelle Fibonacci, ist hier relativ auch gut aufgebaut, so wäre es eigentlich richtig, sehe ich gerade, und Fakt ist, dass wir aktuell auch hier eine Konsolidierungsphase sehen, wie sich Bitcoin hier in der Spitze sich langsam zutritt, also wir hätten noch Chance, hier locker bis zum 22. 7. Dezember, Entschuldigung, uns zu entwickeln, wenn das natürlich passieren würde, wäre das natürlich spannend, und unsere S1 ist exakt auf dem Niveau vom 0,618, auch das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, ist von dem her sehr interessant, worauf man jetzt natürlich ein bisschen achten müsste, wäre das 0,382, also wenn wir rausbrechen, dann müssen wir unter das 0,382 kommen, bestätigen und weiterarbeiten, dann kann man sagen, okay, haben wir erreicht, Das 0,5 für Fibonacci wäre dann entweder ein Recheck, wir gehen hoch, machen Retests, fallen weiter, oder schaffen es tatsächlich für eine Trendwende, wieder weiter nach oben zu gehen, ansonsten würde es tatsächlich brechen, und wir würden hier Richtung, ja, 15.000 Dollar runterfallen, respektive bei 16.200, erwartet man dann eigentlich einen grösseren Support, wieder beim 0,866. So, mehr gibt es aktuell nicht zu sagen, über die aktuelle Lage, jetzt habt ihr wieder meine Einschätzung gehört, was Bitcoin, Ethereum etc. betrifft, auch das Thema Gold, schreibt aber gerne unten mal in die Kommentare, besitzt du bereits schon Gold? Wenn ja, wo hast du gekauft, würde mich sehr interessieren, denn unter anderem bei TMNG, wird ab nächstes Jahr natürlich auch möglich sein, dass ihr da einfacher Gold kaufen könnt, als ihr mühsam über die Bank, ja, schreibt es unten rein, wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, oder ein Abo, würde mich freuen, sage Tschüss, bis zum nächsten Video, Tschau, bis zum nächsten Video, 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 Bis zum nächsten Mal.